Musik Hi Leute, diesmal habe ich den fünften Band des Ed Poo Becker Dead Ever Runs dabei, mit Hard Aber Ungerecht. Hier drin haben wir erstmal zwei einzelne Storys, zwei One-Shot-Storys und dann einen kleinen Mehrteiler. Aber hierbei muss ich jetzt eben einen Spoiler eben nochmal zurückwirkend auf Band 4 geben. In Band 4 geschah es ja, dass Mila versucht hat, Lily zu töten. Dabei aber statt Lily einen alten Mann vor die Gleise geworfen hat und danach festgenommen wurde. Und wir bekommen dann nach und nach immer mehr mit, dass es um ihre Psyche nicht besonders gut gestellt ist. Wir erfahren, dass Mr. 4 dahinter steckt und Matt hatte sich auf die Jagd nach einem Heilmittel für Mila gemacht. Muss aber leider feststellen, Mr. 4 hat kein Heilmittel für Melvin und für Mila. Und nun ist es leider mit Mila so, sie ist mittlerweile komplett weg. Sie ist kaum noch ansprechbar und befindet sich halt nun regulär in einer Psychiatrie als Dauergast sozusagen. Und dies reißt natürlich Mads Welt komplett hinunter. Er ist am Boden. Und jetzt beschäftigen wir uns eben so damit, wie es mit Matt eben weitergeht. Wie es mit ihm gefühlsmäßig weitergeht. Denn er begibt sich jetzt auf Verbrechenjagd. So brutal, wie nie zuvor erbricht, bricht Jugendlichen, Drogendealern auch kurzerhand mal die Knochen. Also noch Minderjährigen. Und das gibt der Bevölkerung zu denken und allem voran niemand anderem als Ben Urick. Der uns jetzt sozusagen ein Bild von den Ereignissen und Ben, ein Bild von den Ereignissen von Mets Leben jetzt nach den Ereignissen mit Mila schildert und aufbaut. Wir sehen aber auch, dass Ben eben versucht irgendwie Matt zu helfen. Er nimmt immer mal wieder Kontakt mit Foggy auf und mit Foggy sich zu beraten. Aber auch mit Dakota spricht Ben immer wieder mal. Und auch alle versuchen irgendwie Matt natürlich zu helfen. Nicht nur Ben. Aber eben mit Matt ist es einfach jetzt am Ende. Er hat nur noch eins vor Augen. Er muss das Verbrechen wieder aus seiner Stadt jagen, wie es eben beim Bendis Run war. Er nimmt auf nichts mehr Rücksicht und lässt seine Freunde im Endeffekt an der Seitengasse stehen. Ja und dann haben wir eine Story, die mit der Devil recht wenig zu tun hat. Er kommt drinnen vor. Aber in dieser Story dreht sich alles um Black Tarantula. Oder wie er hier heißt, die schwarze Tarantel. Was ich ziemlich komisch fand, nämlich bei Spider-Man Mitte der 90er Jahre. Hier ist es Black Tarantula. Jetzt heißt es plötzlich die schwarze Tarantel. Ja, ich weiß nicht. Gut, ich habe nichts dagegen, dass man deutsche Namen verwendet. Aber man sollte mal einheitlich. Weil man kann nicht von Englisch auf Deutsch wechseln und wieder zurück. Das ist doch richtiger Bullshit. Gut. Ja, und dieser ist auch aus dem Rikers entkommen. Und ja, räumt jetzt in einem Latino-Viertel in New York eben auf. Hilft dort der Bevölkerung. Schnappt sich alle Verbrecher dort. Als er miterlebt, wie dort eine junge Frau und ein junges Kind entführt wird. Bei denen, die ihn optisch an seine Frau und sein Kind erinnern. Und die ja eigentlich in Mexiko getötet wurden. Und er denkt, ja, vielleicht leben sie noch. Und er kommt ziemlich schnell dahinter, dass die Leute, die hier augenscheinlich eben sein Kind und seine Frau gefangen halten, niemand anderes ist als seine ehemalige Gang. Und nun versucht Tarantula natürlich seine alte Gang aufzuhalten. Wird hierbei aber schwer verletzt und sucht daraufhin die Hilfe von Matt Murdock auf. Und Matt Murdock, der ja zur Zeit auch extremst brutal drauf ist, hilft Black Tarantula in diesem Fall sehr gerne. Und eben auch mit ähnlicher Brutalität. Ganz einfach. Und Matt guckt sogar weg, als Black Tarantula wen tötet. Und das zeigt uns wieder den nächsten Schritt des Abstieges. Von Matt Murdock, den ich auch als ersten Baustein, größeren Baustein für ein kommendes Daredevil Event ansehe. Der dann uns, ich glaube Band 9 müsste es sein, dann erwartet. Wobei es dann aber schon ab Band 8 sozusagen angeteasert wird. So und dann kommt eben der Mehrteiler. Luke Cage besucht mal wieder Daredevil, ähnlich wie damals beim Banditsrun. Ich glaube Band 5 war es. Und möchte mit ihm sprechen. Matt denkt, das wird schon wieder hier so eine Intervention. Und er will wieder auf mich eintreschen. Demher geht eben Matt ganz brutal wieder gegen irgendwelche Kleinganoven vor. Was Luke ja auch nicht passt. Und es kommt ohne, dass Luke überhaupt sagen kann, worum es ihm geht, sofort zum Streit. Die beiden gehen aufeinander los. Und Matt ist so durch den Wind, dass er sogar einfach mal Luke Cage in den Bauch schlägt. Was natürlich gar nichts bringen kann. Weil ja Luke Cage unverwundbar ist. Und dementsprechend verletzt sich Matt bei diesem Schlag auch noch selber. Gut. Luke weist sich nicht ein noch aus. Also begibt er sich danach zu Dakota. Und spricht mit ihr über sein Anliegen. Und zwar ist gerade ein junger Mann im Gefängnis. Wird des Mordes an zwei Kindern und dessen Vater beschuldigt. Und war auch noch geständig. Aber Luke glaubt nicht, dass dieser Mann die Kinder getötet hat. Ja und so nimmt sich Dakota in diesem Fall an. Versucht Nachforschungen zu betreiben. Spricht auch mit dem betreffenden Straftäter. Zeichnet das Gespräch auf. Und hofft, wenn sie dieses Gespräch Matt abspielt. Dass Matt aus der Stimme vielleicht heraus hört, ob er nun der Täter ist oder nicht. Ja aber wir merken ziemlich schnell, da steckt irgendwie mehr dahinter. Als nämlich Dakota eben auf dem Weg nach Hause ist, wird sie von einem Schläger angegriffen, niedergeprügelt und bekommt als Warnung, lass den Typen grillen. Halt dich raus. Er wird hingerichtet. Halt dich raus. Und daraufhin begibt sich Dakota zu Matt. Macht ihm Vorwürfe, dass er überhaupt gar nicht erst mit Luke gesprochen hat. Und dass er jetzt auf den Boden der Tatsachen kommen muss. Sie brauchen ihn jetzt. Er kann nicht immer jetzt nur noch hier draußen sein, sich durch die Gegend prügeln. Er muss wieder arbeiten. Sie brauchen ihn jetzt in diesem Fall. Es ist schlimm, was mit Mila passiert ist. Aber er kann doch nicht alles jetzt hinschmeißen, was er je erreicht hat. Und da eben Dakota so verprügelt vor Matt steht, lässt Matt sich dann doch erweichen, sich eben diese Aufzeichnung anzuhören. Anzuhörend begibt sich dann auch eben zu dem angeblichen Straftäter, befragt ihn und kommt auch zu dem Schluss, der ist unschuldig. Obwohl dieser die ganze Zeit sagt, ich bin schuldig. Also er sagt die ganze Zeit zu Matt, ich bin schuldig, ich verdiene es. Und das endet dann sogar so, dass eben der Beschuldigte dann auch Matt einfach mal eine verpasst, weil Matt eben nicht locker lässt. Nun ist auch eben Matt überzeugt, dass der Täter, angebliche Täter unschuldig ist und möchte natürlich jetzt auch für dessen Freiheit kämpfen. Währendessen begibt sich Dakota auch auf die Suche nach demjenigen, der ihm eine verpasst hat. Und durch eine Videoaufzeichnung bekommt sie an ein Bild von dem Kerl, der sie niedergeschlagen hat, fragt danach eben ihren Polizeikontakt und erfährt, dass dies ein Typ vom FBI ist. Das heißt, das FBI steckt in diesem Mordfall an drei Kindern und, zwei Kindern, zwei Kindern und ihrem Vater mit drin, der augenscheinlich immer noch als verschwunden gilt. Und auch Dakotas Vater taucht auf, der nämlich für CIA arbeitet. Dakota hat keine gute Beziehung zu diesem und dieser sagt Dakota auch, legt diesen Pfeil nieder, lasst es sein, das ist über eurer Gehaltsgrenze sozusagen. Wenn ihr hier weiter bohrt, habt ihr Probleme, hier geht es um nationale Sicherheit, lasst es einfach so gut sein. Aber das stachelt Dakota noch mehr an, sich mit diesem Pfeil zu beschäftigen und Matt natürlich ebenso. Sehr interessant, führt uns auch wieder etwas zurück zu den Ursprüngen von Daredevil, zu einem Gangsterboss, mit dem es Matt vor dem Kingpin zu tun hat. Und hat mir wirklich auch wieder sehr viel Spaß gemacht, richtig unterhaltsam. Und das hier ist dann wiederum so richtig dieser klassische Krimi-Thriller. Also es ist einfach ein richtiger Krimi-Thriller. Und das macht Spaß. Also Ed Pruebecker geht nun mal in diese Richtung. Das muss man sich bewusst sein. Egal, was man von Ed Pruebecker liest. Man hat immer Agenten-Thriller, Agenten-Drama, Krimi-Thriller oder Krimi-Drama. Es geht immer in diese Richtung. Das muss man sich bewusst sein. Aber er macht das einfach so genial und erzählt das so immer frisch und mit so vielen Wendungen. Und er setzt auch eben immer mal andere Figuren eben in den Vordergrund. Wir hatten im zweiten Band wurde in einer Ausgabe einfach mal Foggy Nelson als Hauptfigur uns präsentiert. Ich denke, wenn du das im Englischen liest, bist du vielleicht sogar genervt davon, wenn du dir so ein Heft holst. Und da taucht nirgends so der Devil auf und du hast nur Foggy Nelson. Aber es war der perfekte Drama. In der zweiten war es eine Story mit Mila. Und hier ist es jetzt eben einmal eine Story mit Ben und allen anderen Freunden von Matt. Die versuchen, Matt auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Die zweite ist eine Story um Black Tarantula, mit dem wir eigentlich gar nicht so viel bisher zu tun hatten. Nur eben im ersten Band der Teufel in Zellenblock D. Und das finde ich auch interessant, dass er eben diese Figuren in Szene setzt. Und auch in der zweiten Story haben wir so ein richtig schönes Maß zwischen Dakota und Matt. Eben immer schön im Wechsel. Beide agieren, beide miteinander, aber auch ohne sich miteinander abzusprechen, gehen sie ihren Sachen nach. Und das macht einfach wirklich Spaß, das mitzuernehmen. Und vor allem, wie wirklich dann auch eben Nebenfiguren so in Szene gesetzt werden, wie eben bei Ed Pubecker. Macht also richtig Spaß und dieses ist wirklich ein richtig galer Krimi-Thriller. Riesenempfehlung, wie immer, ist halt Ed Pubecker. Aber Daredevil, ich liebe einfach Daredevil. Ist kein Geheimnis. Es gibt auch ein paar schlechte Daredevils, aber das Ding hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.